das war doch mal nice nächstes game hochladen auf youtube oder viele grüße an job 28 so wir setzen die elixierpumpe ein jetzt sind wir jetzt sind wir schwach jetzt kann der gegner einfach einen übelsten angriff starten rocket ist das jetzt hier wieder ein x-bogen spieler kommt schon wir starten auf eine offensive double prinz kommt die valkyrie ist jetzt nicht so stark ne und das ist der freeze zack prinz überlebt kriegt schöne hits raus das sieht doch gut aus anscheinend hat der gegner richtig teures deck und hatte da keine antwort drauf nice aber darauf haben wir jetzt keine antwort ne das ist damit das ist damit vor allem der magier dahinter und dann freest du das ganze noch jetzt ganz schnell darwinst ganz schnell okay die taus down die taus down hat er gut gemacht mein dark prince greift auch überhaupt nicht seinen prinzen an stirbt jetzt sogar noch alter geiler dark prince auf den ist echt verlass sieht jetzt nicht so gut aus was machen wir da wir predikten mal die pfeile alter alter verfluchte scheiße was war das denn das geht und das alles live und der turm fällt fuck ich hab grad gänsehaut ach du scheiße wie geil ist das denn oh mein gott alter wieder was ist mit dem chat los es schreiben gerade über 1000 und leute ich fasse es nicht so jetzt wird das hier natürlich noch gerne gewinnen das würde ich mich darüber freuen nochmal ein packer davor vor allen dingen ich wusste ja gar nicht dass er eine minion horde dabei hat ich dachte er setzt vielleicht kobolde oder irgend so ein gedöns ich setze einfach mal pfeile ein und treff da echt sowas großes das war schon wo läuft denn der packer hin wo läuft denn der packer hin die minion horde spaltet sich aber auch extremst ne ja ist ok das nehmen wir mal hin das nehmen wir mal hin so den packer ganz nach hinten da kommt ja eine rocket die hat er auch noch dabei nerviger typ so das ist jetzt hier der letzte push und der packer wird richtig nice angeschoben das sieht doch nice aus und das ist der 3 crown win ey was für ein geiles game alter 36 trophäen 36 trophäen was denkt der gegner der eine predict hat jetzt hier das game gewonnen kein scheiß das pf ja ist ja gut ihr schreibt alle dass ihr das auf youtube hochladen soll das werde ich auf youtube hochladen ihr wollt euch das alle rein zu ja ok kann ich machen wie der chat völlig eskaliert ja nice sehr nice und wir haben die 4000 trophäen und da kam jetzt noch die spenden rein da kam jetzt noch die spenden rein wir schauen mal was kam da so rein jocks crafter spendet 2 euro mit dem text dazu für's goal sehr nice danke dafür und dann spendet rainbow 348 1 euro tipi stream happy hour also wären es 2 euro sehr nice er schreibt wäre echt nice wenn du einmal mein deck ausprobieren würdest weil küre musketier feuergeister pfeile lava hund inferno kobold fass bitte und dankeschön ne das deck probiere ich nicht aus kein kobold fass inferno turm kombination trotzdem danke trotzdem danke für die spende ne ganz klar replay ihr wollt alle das replay sehen ok dann hauen wir mal das replay raus mal die pfeile alter alter